Auf Wiedersehen. Schnellen näher. In die Sicherheitszone begeben. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. So, wir gehen jetzt mal außerhalb der Zone. Mal schauen, was dann ist. Weil wir hilfreich, wenn bei mir was wäre. Oh, meine Fass. Ich meine Sollage. Jetzt schon. Da wär ich ja echt noch weiter von der Zone weggespe- Weil ich glaub die können da auch in Ruhe und so ne. Aber mein Gedanke auch, aber irgendwie f... Ich empfehle euch die Sicherheitszone aufzusuchen. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne. Bleib jetzt beinhart bei der Scharfschützenknarre, oder? Als Sniperkönig. Ja doch nicht. Dass ich nicht erla- Das Healia dann. Ja. Ja. Ah, die ist um! Oh ja! Oh, und bewegt sie sich langsamer. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird absteuert. Deal markiert. Deal markiert. Na holen wir es sich, ja? Pushen wir den Dixer. Noch eine hier? Mhm. Oh, da ist eine andere, ich weiß auch Schauschützen. Irgendeine Granate oder so. Weiß nicht, wir könnten uns ausrüstungssnacken. Ah, ich glaube, da drin habe ich einen gesehen, oder? Amt nah. Können wir die Ausholzen oder nicht? Nein, 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 nein. Das Gas kommt. Der Feind nähert sich. Ah, landet gerade einer. Hinter dir. Bei der Ausrüstung. Ich glaube, er will zur Ausrüstung. Der ist hinterm Bus. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Ah. Ziel gesichtet. Denken Sie sich alles hinterm Bus. Müssen aber eh in unsere Richtung, ja? Geist er? Upp. Er ist jetzt ihm Gas. Da ist er. Da unten rennen da. Alle, beide. Werden hoch. Augen. Pass auf, wo du hinschießt! Fähler unter die Rente! Ja, wir werden eigentlich aus. Sicher ist uns verlegt. Mann, Alter. Ich bin so schnell abgestanden. Ja, ich glaube, wir müssen weiter kurz. Ich bin reingegangen. Komm, wenn es geht. Ja, geht sich nicht aus, verdammte Axt. Weiß nicht. Auch mich wird geschossen. Ich werde hier drüben beschossen. Muss kurz abhangen. Ich weiß nicht. Ich muss nachladen. Auf unten hat einer auf mich geschossen? Ja, ich weiß. Ich habe gerade auf den geschossen. Okay. Ah, nein, nein. Das war knapp. Das war richtig knapp. War der, auf den ich geschossen hatte, glaube ich, oder? das weiß ich war dann nicht er ist glaube ich danach da rein er war oben auf dem dach auf jeden fall unsere drohne umkreist das gebiet hier irgendwo hinter dir glaube ich bei mir oder unter dir ja ist unter uns das gas nähert sich erreiche die neue sicherheitszone da ist eine gasmaske ja ja ich hab's gecheckt markierst richtig fleißig heute sehen aber nicht auf den du schießt eins offene gelände willst du bei mir sagen feindliche drohne im einsatzgebiet geht jetzt in die sicherheitszone feindliche drohne über uns feindliche drohne aktiv im wasser feindliche drohne über uns haben mich hier so schön snacken was ich da mache ist grad so dumm eigentlich hier ist wir sind so weit gekommen und ich hab nicht einen kill naja wenn du keine gegner siehst was willst du machen gut gesehen aber schon welche wir haben auch auf ein paar geschossen das gas kommt näher ich bin hier oder bei mir in der nähe ja wir sind wieder los ab ab und ab und ab 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 Das sind Gebäude. Weniger als 10 Feinde sind übrig. Weniger als 10 Feinde bei sich. Wir müssen zusammenbleiben. Wir sind privat auseinander. Wir werden sicher auf dem Dach sein. Ohne kommt schon wieder. Feinde landen im Einsatzgebiet. Rücke vor. Ins Gebäude ran. Nein, nein, nein. Ich bin nicht drin. Ich kann nicht ran. Da landet einer. Das Gas breitet sich auf. Sicherheitszone wird verliebt. Ich gehe jetzt raus. Ja, ich sterbe wegen dem Gas. Renn raus. Ja, ich schaff's nicht. Verdammte Axt. Du bist oben. Kannst du runter irgendwie? Nein. Nein, weil ich... Dann kann ich dich... Ah, warte. Ich kann nur aufgeben. Ich weiß nicht, wie ich dich holen soll jetzt, wenn du nicht runter kannst. Nur noch 5 übrig. Ihr schafft das. Wir haben nur noch dich. Erledige das. Manometer, oder? Aber ohne was zu tun auf Platz 3. Krass. Verdammt, wo führt mich die Zone hin? 5 Kills, wie krass. Das Gas nervt sich. Neue Sicherheitszone gefunden. Das Gas nervt sich. Neue Sicherheitszone gefunden. Ich bin voll im Arsch. Alter, nur noch einer. Alter! Alter! Du nutzt mich nicht. Geil, Alter. Geil. Alter, du bist der krasseste Typ überhaupt, Alter. Und da bin ich wieder. Blödsinn. Na. Blödsinn. Ah, schönes Ding. Hä? Unser erster Warsonsieg. Geil, damit hätte ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Weiter, Zocki. Respekt, Mann. Das war nur Glück, weil ich die... Ich hatte eine einigermaßen gute Position. Betzi, der Blünderer. Oh, geile Scheiße, Zocki. Will ich kurz Punkte schauen. Wie viele Kills hab ich gemacht? Sechs nur. Hä? Mit sechs Kills war dann durch, ja? Hahaha. Ein schönes Ding. Das war ein schönes Ding, Alter. Das war jetzt echt ein schönes Ding. Das war jetzt echt ein schönes Ding.